Warnung, das nachfolgende Video kann Stellen von Rage beinhalten. Kopfhörer auf eigene Gefahr. Lass uns mal über Streamer reden. In letzter Zeit wird auf YouTube nicht mehr so viel hochgeladen, was ich mir gerne anschaue. Es kommt noch das eine oder andere Mal vor, dass gute Videos hochladen, aber es ist nicht der Regelfall. Umso mehr versuche ich mich jetzt auf anderen Plattformen auszutoben und mein Content zu finden, den ich konsumieren kann. Twitch. Twitch mache ich ja selber schon seit vier Jahren. Und ich habe auch ein paar Streamer, die ich wirklich gerne zuschaue. Aber das Problem ist, morgens ist keiner von meinen Streamern online. Also suche ich mir immer mal wieder, falls die Leute, denen ich folge, nicht streamen, neue Creator. Aber das Ding ist, man findet keinen. Es gibt 99 Milliarden Streamer. Ja, es ist ja okay. Wenn ihr Lust habt zu streamen, dann macht es. Aber dann sucht man drei Stunden nach Content Creators. Nach Streamern. In letzter Zeit Resident Evil Village, weil mich das Spiel interessiert. Dann schaue ich mir das, dann will ich mir das anschauen. Aber dann sehe ich so Leute, die so wortlos davor sitzen und dieses Spiel spielen und nix tun. Nix tun. Und dann ist noch der Bildschirm vollgekleistert mit Donated Me hier. Und der letzte Sub. Und Sub-Goal. Und sonst irgendwas. Für was willst du Geld? Fürs... Nicht unterhalten, oder was? Ich suche drei Stunden nach Leuten. Hey, in den letzten Wochen habe ich so viel Zeit verschwendet, wirklich neue Streamer zu finden. Du gehst wirklich irgendwo hin, klickst drauf. Ich warte dann immer noch so zehn Minuten oder so, weil... Es ist ja immerhin ein Stream. Und klar, da kann mal eine trockene Phase kommen oder so. Aber wirklich 99... Okay, sagen wir mal 95%. Aber wirklich 95% von den ganzen Streamern. Ich habe so viel Zeit damit verbraucht, wirklich jemanden zu ver... Und schlussendlich habe ich jemanden zugeschaut. Zweieinhalb Stunden habe ich jemanden zugeschaut, der todeslangweilig war. Aber warum war ich da? Der Chat war witzig. Ich habe mich mit dem Chat unterhalten. Das war doch wenigstens witzig. Aber der Typ... Er saß wirklich so... Okay. Oh Gott, habe ich mich erschrocken. Mein Herz... Really? Gott verdammt! Versuch doch, wenn du Spaß am Stream hast, am Labern hast, mach was du willst. Okay? Mach was du willst. Cool. Aber platzier deine scheiß Overlay-Kacke nicht voll mit Donation und sonst irgendwas. Und versuch wenigstens zu unterhalten. Und bleib nicht 10 Minuten sitzen und sag gar nichts. Und da gibt es ja noch welche, die wirklich nur Gameplay zeigen. Nur Gameplay zeigen. Wenn du irgendein Pro-Gamer bist, der irgendwie geile Shots macht in PUBG. Oder von mir ist auch CSGO oder sonst irgendwas. Wenn du ein richtiger Pro-Gamer bist, dann mach das. Das ist cool. Das kann man wenigstens noch anschauen, weil da noch Skill vorhanden ist. Aber dann gibt es so Leute, die nicht reden und irgendwelche Random-Spiele spielen. Und dann schreiben sie unten als Stream-Titel nur Gameplay. Irgend solche Sims-Aufbauspiele oder sonst irgendwas. Hä? Und dann habe ich auch jemanden gesehen, der streamt irgendein Gameplay von irgendeinem Spiel. Man sieht seine Cam, aber er hat links oben in seiner Ecke noch irgendwie ein Musikvideo gehabt. Man hat nichts vom Spiel gehört. Man hat von ihm nichts gehört. Man hat nur was gesehen. Ein bisschen. Und dieses Musikvideo, das war so laut. Man hat nichts mehr gehört, außer irgendein türkischen Gesang. Nichts gegen türkische Gesänge, aber das hat nichts Sinn, im Stream zu suchen, verdammt nochmal. Wenn ich in Stream schauen will, dann will ich unterhalten werden und nicht sonst irgendwas an den Kopf geschmissen bekommen. Verdammt nochmal, mach doch deinen Mund auf, wenn du streamst. Mehr will ich auch nicht dazu sagen. Ich wollte es nur mal loswerden, weil das nervt. Und falls ihr gute Streamer kennt, schreibt sie mir bitte in die Kommentare. Ich brauche wirklich neuen Content. Irgendwie habe ich das Gefühl, die Streamer, denen ich folge, die streamen immer weniger.